Musik Auch am Sonntag, dem letzten Tag der 59. Dornbirner Herbstmesse, gab es einen großen Besucherandrang. Besonders gut kam am Familientag die Verteilaktion der Erstausgabe der Neue am Sonntag inklusive Stelzenmann an. Es wurde noch einmal beraten, gefachsimpelt oder noch ein Blick auf die Modeschau geworfen. Viele nützten auch die allerletzte Chance auf ein Messehännele im Wirtschaftszelt. Musik Musik